Wie schön du bist. Wie hast du mich gefunden? Ciao. Ich bin Glorias Assistentin. Ich heiße Evita. Wie Evita Peron? Nein, wie Madonna. Ah, wundervoll. Ich bin Marina, eine Freundin von Gloria. Das ist nur ein Scherz. Sie ist keine Freundin von mir. Darf man erfahren, was du hier willst? Bist du nach all der Zeit immer noch sauer auf mich? Es ist 15 Jahre her, seit du verschwunden bist, Marie. Was willst du jetzt? Ich wusste, dass du es auch alleine schaffst. Ich habe es geschafft, richtig. Aber ich will dich nie mehr sehen. Tut mir leid. Ich will es in Ordnung bringen. Das bringt man nicht in Ordnung wie eine Waschmaschine. Was geschehen ist, ist geschehen. Verschwinde. Hör mich an, Gloria. Ich muss mit dir reden. Ich sagte, geh. Gloria, hör mir zu. Verschwinde! Verschwinde! Sieh mich nicht so an, du hast keine Ahnung. Sie hat es verdient.